Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu das große Chaos. Ja, wir sind immer noch, also ja eigentlich zu Spellforce, die Order of Dawn. Wir sind immer noch in Falonsheim und haben da so ein kleines großes Problemchen. Das sehe ich Super-Elite-Scheiße, das ist ein Hinterhalt. Nämlich viel zu viele Abrus-Schützen. Runenkrieger, zu mir! Hier oben in der Ecke vor allem. Die Linien müssen halten! Vorwärts, vorwärts! Lauft! Lauft! Wir werden angegriffen! Von denen ich nicht mehr sagen kann, wie sie will spawnen. Ob sie will spawnen. Das ist ein Hinterhalt! Ich bin schon auf halbem Weg! In Deckung! Deswegen gehen wir auf eine andere Strategie. Sie meinen es ernst! Lassen sie erst einmal alle schön stehen. Ja, sie müssen spawnen, auf jeden Fall. Ja, sie müssen spawnen, auf jeden Fall. Und töten beide Leute auch, auf jeden Fall. Deswegen gehe ich jetzt hier lieber aufs Ganze und reiß erst einmal so viele Gebäude, wie ich kann. Und töne so viel von der Wolfs-Edite wie möglich. Für den Clan. Für den Clan. Stand halten, Männer! Clanbrüder, zu mir! Krieg! Runenkrieger, zu mir! Okay, ich muss mich zurückziehen. Stand halten, Männer! Ich bin schon auf halbem Weg! Tod den Feinden! In Deckung! Die Meine ist ernst! Tod den Feinden! Zu den Waffen! Clanbrüder, zu mir! Bei welchem Gebäude abreißen, können sie schon mal nicht respawnen. Das heißt, ich kann sie auch leicht raustackern. Und ja, für die Angriffe auf die Gebäude nehme ich lieber statt Totems hauptsächlich Kämpfer. Ja. Was liegt an? Vorwärts, vorwärts. Ich rieche Blut. Die Linien müssen halten. Ist die Frage, wenn ich nur das Gebäude angreife, greifen dann mich die Schützen an? Nein, die ignorieren mich einfach förmlich. Und das Gebäude, der Turm geht sehr schnell down von mir, okay. Vorsicht, Gegner! Okay. Nein, er will mich nicht angreifen. Okay, er provoziert nur. Stand halten, Männer! Okay, jetzt greifen sie an. Vorsicht, Gegner! Auf mein Kommando! Was liegt an? Vorsicht, Gegner! Nicht zurückweichen! Ein Gegner an zu den Laufen! Bereit! Und los! Okay, jetzt geht euch mal weiter zurück. Nicht zurückweichen! Die Linien müssen halten! Während wir hier immer mehr Kämpfer rekrutieren. Weil sonst dünnen die unsere Ressourcen aus und wir können überhaupt nichts gegen sie machen. Wir müssen ja in erster Linie nur noch die drei Gebäude loswerden. Dann sollten die beiden letzten Spawnkreise verschwinden. Vor allem, weil mir auch das Lenia langsam ausgeht. Das ist nämlich auch so ein Problem. Weitere Totems zu erschaffen ohne Lenia. Vorsicht, Gegner! Oh. Die ganze Kompanie wollte ich eigentlich jetzt nicht haben. Das ist ein Hinterhalt! Das sind immer noch zu viele. Ja, die vier sind okay. Die Linien müssen halten! Ah! Shit! 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 Stand halten, Männer! Okay, es sind fünf mittlerweile, aber ist auch noch okay. Vorsicht, Gegner! Mit der Heilung geht das ja. Runenkrieger! Zu mir! Vorsicht, Gegner! Die Wolfselite ist schon wieder geheilt. Stand halten, Männer! Hauptsache, ich kann sie etwas ausdünnen, während ich Truppen produziere. Was ist die Tolle, wie wir vorhin? Die Linien müssen halten! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir! Stand halten, Männer! So, bring doch den um. Bitte. Runenkrieger, zu mir! So, jetzt schwenken wir mal ein bisschen auf, ähm... Wir werden angegriffen! ...Schwerträger um, weil sonst haben wir nicht genug. Holz nachüben, um weitere Totems zu beschwören. Runenkrieger, zu mir! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Also, noch gibt's hier unten genug Holz, dass die Holzfülle abholzen können. Das ist gut. Naja, das bisschen Eisen... ...dürft uns auch noch ein bisschen erhalten bleiben. Wir werden angegriffen! Runenkrieger, zu mir! Okay, jetzt kommt wieder viel zu viele. Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Stand halten, Männer! Ich hab ja noch den... Ja, den Fallschutz hab ich noch. Runenkrieger! Ja, zu mir! Vorsicht, Gegner! Die Linien müssen halten! Ja, meine Eisenvorräte, die gehen auch langsam zur Neige. Das heißt zur Neige, sie gehen runter. Vorsicht, Gegner! Holz steigt dafür wieder etwas an. Runenkrieger, zu mir! Sollten wir aber nicht so verschwenderisch mit umgehen? Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! So, jetzt ist der Weg auf jeden Fall zu dem Haus frei. Stand halten! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Stand halten, Männer! Und rückzuck! Und ordentlicher Rückzug! Und ordentlicher Rückzug! Flippin' klar! Vorwärts! 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 Höifers! Ja! Das ist Engstaud, Rief gelb!